Hallo und herzlich willkommen zu When You Fall Out Night 3, hier ist Steven mit Let's Play Stine Is Warriors 7, Part... keine Ahnung, machen wir einfach weiter, wo wir aufgehört haben. Okay, da habe ich immer noch nicht genug für, fehlt noch ein bisschen. Ja, also schon wieder ein Verräter hier in den Reihen von Waging, Whatever. So getan also, den müssen wir jetzt eindeutig kalt machen, der geht nämlich auch in den Sack. Warum blimmt das da? Was soll ich da machen? Ach, ja, natürlich. Dann machen wir erstmal die da hinten fertig, die dämliche Verstärkung. Und dann kümmern wir uns um Zugedahn, den alten, miesen Verräter. Den macht die sowieso nicht mit seinen dämlichen Fächern. So, die kommt aus den Augen. Ach, was bin ich denn da? Ja, läuft doch. Ja, komm. Oh. Nein, hängt auch hier nirgendwo fest. Hallo. Bleibt doch hier, ich bin's nur. Ich will euch nur töten. Das ist richtig, ich bin Sima Chao. Genau, so gut der kann. Aua, aua. So. Boi. So. Na also. Immerhin schon mal einer. Und da ist der zwei. Om nom 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 nom. Wo ist das? Om nom nom. Da ist das. Om nom nom nom. Was? Warum leuchtet das da? Ja, ich latsche jetzt mal hin. So, komm schon. Zeig her. Da ist ein Schiff. Und die sind schon wieder verstärkt rum. Was soll der Scheiß? Du musst nicht weglaufen. So, so. Da, 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 da. Ist das Schlachten nicht herrlich? So. Oh, ihr Penner. Da ist schon wieder einer. Meine Füße. Aua. Zeig dir. Yo, ich schaff immer noch seine Leiche. So, jetzt sammel ich mir hier ein bisschen was ein. Dann. Ich latsche mal wieder zurück, würde ich sagen. Ja, ja. Jetzt hole ich mir erstmal da oben die Offiziere. Und dann gucke ich mal weiter. Ja, ja, ich bin alle guter Dinger. Ist ganz klar. Au. Ehehehehehehehe. Huh. Oh, ey. Dieser dämlichen... Bumschitz. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon gesagt habe. In diesem Spiel aber, das ist noch egal. Oh, ey, ist da schon wieder Verstärkung aufgetaucht. Oh, hört doch mal auf jetzt. Jetzt. Also, schlecht. Ja. Pferd. Ich brauch ein Pferd. Wo ist es? Aha. Ja, da kann ich leider nicht hin. Da steckt es ja nun mal wieder fest. Super Sache. Komm jetzt. Oh, das kann auch alles nicht wahr sein, ne? Dieses dämliche, dumme Dreckspiel. Mein Gott. Komm jetzt. Ja, ich kann nicht mehr auf ein Pferd reifen. Das hängt da fest. Toll. Da freut man sich doch immer. Wo will der denn jetzt schon wieder hin? Hallo, renn doch nicht weg vor mir. Der hat einen ganz schönen Falkling als Antwo. Der rennt immer weg. Ding fängt. Der rennt immer weg. Wo willst du hin? Oh, komm, weißt du was? Fick dich doch. Oh, und so, und so. Ich bin grad ein bisschen genervt. Halt's, Maul. Jetzt kriegst du ja echt da hin die Fresse. Wo auch nicht, das Ganze. Ich ziehe jetzt der Bursch. Aber das kriegen wir schon hin. Verdamm, dadamm, dadamm. Oh, das kann ich auch. So, na, also. Oh, gesundheitlich. Aua. Jaja. Oh, lecker. Nomnom. Ähm. Ja, dann muss ich jetzt doch schon wieder da oben hin. Oh, ist das lästig. Schlacht finde ich jetzt schon langweilig. So, was du denkst? Es ist nett, wenn wir zusammen arbeiten können. Diese elendigen, nervigen Sprüche, die sowieso überhaupt nur noch lästig sind. Aber egal. So. Jetzt schmeißen wir ja auch mal so einen Ball direkt in die Menge rein. Was ist denn was passiert? So. Oh, du Halt's Maul. Hör bloß auf. So nicht. Wo sind denn alle hin? Ach so, die sind ja so wunderschön. Ich hab mich schon gewundert. Hä, warum sind sie jetzt alle geblieben? Ja gut. Haben sie kapituliert, dann... Kein Ding. Naja, es ist doch schön, dass die auch mal herkommen, die Gegner. Da muss ich da nicht immer stundenlang hinreiten. Da hab ich jetzt auch kein Problem mit. So. Da sind sie nämlich schon. Na, wollt ihr auch euch ergeben? Vielleicht. Das würde das alles irgendwie nicht vereinfachen. Jopp, der hat sich schon mal ergeben. Jopp. Läuft. Doch, richtig so. Der will schon sein Leben hier so unnötig aufs Spiel setzen. Wenn man sich einfach ergeben kann. Das ist doch viel einfacher. Leider machen das nicht viele. Boah. Komm schon. Ja. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur irgendwie in die Burg kommen. Ich weiß nicht wie, aber... Ach, so ein Zürich ist aufgetaucht. Ich muss schon wieder zurück. Alter, ich krieg die Krise. Das kann doch nicht angehen, wenn ich jetzt immer von A nach B wieder oben her reite. Aber es tut sich auch momentan nicht sehr viel in der Story. Es ist immer das gleiche Geplänkel. Seit jetzt, was weiß ich, wie vielen Parts. Jiang Wei greift an, dann wird da wieder rebelliert. Jiang Wei greift an, dann wird da wieder rebelliert. Immer in der gleichen Stadt. Ja, also da hätte man sich irgendwie als Autor dieser Story vielleicht noch ein bisschen was einfallen lassen können. Aber nein. Ja, ja, ja. Willst du dich nicht auch einfach entgegen? Nee, das kann man auch nicht. Dann halt nicht. Hör doch mal auf zu blocken, Alter. Kann man denn hier hin? Hier wieder blocken, wie ihr denkt. Na also. Hom, hom, nom, 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 nom. Lecker, lecker, lecker. Om, nom, 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 nom. Om, nom, 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 nom. Ja. Ladebalken. Simkai, Tochter von Sankt-Fäh, intelligent, weit, sieben, talentiert. In militärischen Angelegenheiten sind sie, Liu Chan, Guan Ping und andere der nächsten Generation, die Hoffnung für Shus Zukunft. Tja. Mensch. Der wollte dich schon immer mal den Arm brechen, hab's immer noch nicht geschafft. Ja, Gott. Die Reinforceungen von Wu sind nicht genug, um die Siege zu brechen. Wir müssen die Suppe konservieren und alle Non-Personal aus dem Kastel rausnehmen. Ich glaube, der ist ein bisschen verzweifelt. Der Feind hat schwerste Geschütze aufgefahren und wir sind trotzdem noch am Leben. Wir werden sie schon bald besiegt haben. Es war vorbei, als Suge dann Widerstand angekündigt hat. Die Truppen hatten nicht mehr die Moral, um weiterzukämpfen. Viele Soldaten laufen inzwischen sogar über. Was sollen wir mit ihnen machen? Ich würde sie am liebsten hinrichten und nicht weiter darüber nachdenken. Nein, wir werden ihnen vergeben. Wer will, darf sich uns gerne anschließen. Ist das nicht etwas zu nachsichtig? Ich finde, wir sind eigentlich ziemlich grausam. Das ist doch mal ein geiles Abschlusswort, oder? Wir sind ziemlich grausam. So sehe ich das Ganze auch. Menschheit ist grausam, Menschheit ist scheiße. Denk drüber nach. Gib einen Daumen nach oben. Mit einem Kommentar. Und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Ja, Mann, dein ist die Wallis 7. Macht es gut, bis dann. Ciao.